Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, es ist Marcel Duffes zuerst mal. Erstmal nur, sorry dass ich so wenige Videos zur letzten Zeit gebracht habe, es gibt zwei Gründe, und da bin ich euch ganz ehrlich. Erstens, mir hat die Motivation gefehlt, zweitens, dass ich noch nebenbei am Sachen am Laufen habe, zum Beispiel ein Gängeweh habe ich noch ein ehemal laufen. Und da ist halt meine Motivation mehr an das gegangen, was auch glaube ich klar ist. Und nur nebenbei, falls meine Stimme sich ein bisschen anders anhört, ich bin derzeit ein bisschen akiltert, nur dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, bis dann, tschau tschau. Boah, was ist denn das für eine Krautige, du musst die Köln schon sagen, schon wieder. Ja, erstmal ein Trink bitte, ja, ein Trink schneller bitte. Was guckst du mich eigentlich für die ganze Zeit blöd an? Willst du ja drüber kriegen, wenn ich stohle? Ja, du da, willst du, ne? Weg mit dir! Es gibt schon wieder eine Schlägerei, das war schon letzte Woche so, warum schon wieder? Verdammt, die wollte mich alle töten. Ja, na gut, kann man mich auch nicht übernehmen, weil ich da, die Kante sind. Wieder einen Streit an Zettel, die alle schlagen wollen, das kann ich verstehen, in gewisser Weise. In gewisser Weise nicht ganz. Nur halt, was soll ich von mir alle auf den Kragen? Geht's dir noch gut? Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Oh, dir könnte auch noch einer aufs Maul geschlagen. Oh, weg mit euch! Ich hab ein kleines Problem, ich glaub, die wollen mich an den Kragen. Oh, verdammt! Gib mir Stühle! Ich brauch mehr! Ich brauch was, du willst mich unter verteidigen, du musst mich wehren! Vor allem noch einige Stühle, ja. Ich lass dich die hier mal auf die Person gewinnen, hör dich. Oh, du bist der nächste Kamerad! Ui! Ich brauch mehr Stühle! Digga, wann Ikea mit meinem Placement machen würde ich in dem Video? Ja, ich brauch Stühle! Und mach es! Und ich brauch kein Shockwave. Ähm. Ich glaube, ich hab die Typen mal gekürzt, kann das leicht sein. So! Ah, ich bin tot! Das darf doch nicht wahr sein. Ah, darf ich nicht auf mich sitzen. Auf die nächste Runde! Steh ab! Wo weiter geht's? In der Kneipenschlägerei. Ich muss hier hoch, lass mich durch! Ich muss hier hoch, lass mich durch! Komm advance! Komm! Komm! weg mit dir wo ist der nächste, korega eh, korega so wo ist der nächste, korega ich hoffe, der ist tot so, jetzt gehen wir da durch es werden immer mehr hier oben was ist das? oh, das werden hier ein bisschen zu viele für mich oh, verdammt ich will das schon und nicht da zuerst hoch eben oben mit knapp 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 einfach knapp drüggel da reingehe da, wo ist der nächste? da, wo ist der? oh oh ich glaube, dass wir sich ein bisschen eskalieren gerade oh verdammte Scheiße oh, ich habe nicht geplant einfach drauf oh, weil es keine Verluste gibt weg mit euch du auch verdammt da bin ich von hinten verreckst wenn nicht, ist die letzte Methode sich auf die die Chakra und das schon stärker hier war doch noch ein bisschen lieb gehabt die, 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 die sind Rotvorliebe, weißt du? und jetzt Angriff ist alles nur ist alles nur Ketchup nur das Swiss Jujo alles verkehrt habe youtube jetzt seid ihr dran ich habe nichts mehr Wer will noch? Wer hat das nicht? Wer will noch mal? Digga, wir gehen lang schon die Waffe aus. Wisst ihr das? Ich weiß ja, das. Ich glaube, ja. Oh. Aber ganz kurz die falsche Schatz nicht erwischt. Digga, jetzt sind eskalieren! Oh. 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 Ich hab' das. Ja, das wird langsam wirklich eng, wenn ich da die Sachen in den Kopf werfen. da wollen jetzt alles nicht drauf oder wird du stehst auf du willst du weil die wohl alle mir fragen warum nicht beim anderen alle nur mir und ich gehe alle nur mir am kragen kleiner wieder weg jetzt ich habe mal keine stühle mehr dass mich in ruhe der steht doch ich habe mich mit mir auch mit mir auch auch ist doch alle meine stühle mit dem ende